Ich bin auch wirklich nur bei dir. Hey, was nur bei mir? So was. Ist dir sonst auch noch nie passiert, oder? Nee. Aber wie schnell wir das erst gemerkt haben? Ich dachte vorhin so, hä? Warum ist denn nur so ein Block und was? Yes! Mir ist das gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Mir auch nicht, am Anfang. Oh, jetzt aber. Machst du gleich ein Feuerzeug, oder? Ähm... Wenn du willst, dass ich eins mache. Ja, mach mal. Ich kann mir das Portale nicht anmachen. Ach, hier haben wir wieder Energie. Sehr schön. Liegt vor mir. Pack dir mal da rein. Ach scheiße, deine. Wie mein's? Lululululul. Tschüss. Ciao. He! Jetzt lass mal das Falsche an. Die-die-le-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die. Das heißt, Nächteaufnahme-Session ist Neta. Morgen. 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 Morgen ist Neta. Ja, aber morgen Nachmittag, weil morgen Abend habe ich nämlich keine Zeit. Warum? Dann bin ich nicht zu Hause. Warum, wirst du? Nether-Sulfuro. Was? Oh Gott, nein, da ist die Mod drauf. Hey, wie, was? Das ist, wenn du im Nether ein Ohr abbaust, dass sich die Zombie-Pigmen sofort jagen. Was? Ja. Nee. Doch. Ich bin sofort aggressiv auf dich. Ach du Scheiße. Warum bist du schon drin oder was? Ja, hab ich gesagt, tschüss. Ich bin jetzt im Nether. Echt? Ja. Hörst du mir nicht zu? Nee. Ich merk's. Scheiße. Ich hab da, wenn wir nicht mal gesagt, Nächteaufnahme-Session. Du gehst nicht in die Aufnahme-Session. Weck dich. Wir gehen zusammen. Und schon. Dann komm ich auch kurz. Aber warte, nee, die Pigments sind dann auf mich. Ja, ein bisschen Lapis mit. Siehst du dieses Diamant-Ohr schon, oder? Nee, ich bin ein bisschen nur bei Lapis. Und Sulfur und ganz viel anderen Zeug. Oh, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das reicht für heute nicht, wahr? Äh... Hörterquartz. Curious Ingot. Silver. Iron. Kohle. Noch ganz kurz. Ich sehe noch ganz viele Ors hier gerade eben. Netherquartz. Nochmal Netherquartz. Sind die Zombies jetzt eigentlich, äh, sauer auf dich? Ja, klar. Das heißt, die rennen dir die ganze Zeit hinterher, oder was? Äh, ja, kann gar nicht möglich sein. Copper. Oh, Gott. Oh, ich sehe sie nicht. Gold Ohr. Sie sind immer noch aggressiv auf mich? Nee, sind sie nicht. Ich glaube, es liegt ja nach einer Zeit auch wieder, aber dann, wenn du erstmal irgendwas abbaust, sind sie richtig aggressiv auf dich. Und die Sachen explodieren ja, glaube ich, ja, oder? Manche, ja. Eventuell, ja, wenn die Mod drauf ist. Egal, dann, dann, dann machen wir jetzt Ende. Machen wir jetzt Ende. Alter, ich habe 52 Level. Ich habe jetzt nicht, ich will nicht sterben. Ich buddel mich jetzt noch vorher ein. Damit ich sauer bin. Ja, und ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste... Oh Gott, ich habe einen Gast. Oh, bau dich ein. Da habe ich Angst. Habe ich. Ich habe mich auch vollkommen komplett ausgeleuchtet. Okay, also. Ich weiß nicht, wie die Folgen jetzt geschnitten sind. Also entweder dann in der nächsten Folge, oder dann halt gleich im Anschluss. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm... Oh, weißt du das nicht? Ja, weil ich... Was heißt überhaupt? Voll ich tot. Ernsthaft. Ne, ähm... Wir verabschieden uns für diese Aufnahmesession und sagen Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja, liebe Freunde, damit willkommen zu einer weiteren Aufnahme mit Tegade hier mit dem Paddy. Hallo. Und wir möchten jetzt gerne in den Nähter gehen. Oder? Zombie-Pagman schaut dich an. Was, mich? Ja. Mal hoch. Okay, warte. Ich habe noch kurz meine Rüstung. Aua! 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 Alter, bist du dumm? Kühl den mal! Wo ist der? Aua! 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 Okay, los geht's. Okay, los geht's. Hä? Was sind denn jetzt an dir? Los geht's! Was? Nein! Was? Nein! Nein! Hä? Nein! Nein! Hä? Verwirr mich nicht! Mach doch dann! Nein! Ja! Sooo... Und so... Klar, man kann aus Copper keine Rüstung machen. Nein! Okay, ich habe so viele Piz mitgeguckt. Oh, ja. Oh, ja. Äh... Sooo... Warte, geh mal wieder rein! Nein! Ja, chill mal! Warte, geh mal wieder rein! Nein! Okay! Okay! Warte, was zu essen! Ähm... Warte, was zu essen! Ähm... Ähm... ... ... das gibt was mit okay 3 2 1 was vorliegt schon wobei 3 2 1 bei der Feuerzeugung so wie ich habe ich um okay 3 2 1 Was ist, wenn ich das jetzt abbau? Ähm... Oh oh, hier die Pigmener schon. Was denn? Warum hast du das R10 nicht abgebaut? Welchen Pigmen? Ich bin überall rumgelungen. Bist du letztes Mal unten rumgegangen? Ne. Äh, solltest du hier mal markieren das Ding? Oh Gott, warte, mach mir erst wirklich. Ja, wollte ich auch kurz sagen. Ähm... Ups, Waypoint at... Port... Tal... Wie war das hier? Ah ja genau. Okay, wir können weiter. Ich geh mal hier hoch. Macht uns. Warum sind die Viecher so wütend auf uns, wenn wir die Erze abbauen? Oh, hier oben kommt was. Alter! 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 Alle die ziehen ein Herz! Ja. Alter! Ich kann sie schon immer. Mit ner Eis... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Alter! What the fuck! Die Mod ist so krass, gell? Was... Was? Was hat... Was hat... Was hat sich da explodiert? Das sind die Ohrs. Manche Ohrs, wenn die Zwischenhaus, musst du davon ganz sofort weggehen. Dann fang ich dann das Zwischen an und danach explodieren sie. Ich glaub ich... Ja, ich hab jemand gefunden. Echt? Wo? Hier. Wo bist du? Ich hab's schon. Okay. Okay.